Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial VPN-Einrichtung auf dem iPad oder iPhone mit Cisco AnyConnect. Gehen Sie in den App Store. Installieren Sie die App Cisco AnyConnect. Starten Sie die App. Gehen Sie auf Verbindungen keine Verbindung und dann auf VPN-Verbindung hinzufügen. Bei Beschreibung können Sie einen beliebigen Namen angeben. Dies ist die Benennung Ihrer VPN-Verbindung. Verwenden Sie am besten etwas Aussagekräftiges wie TU Berlin, damit Sie die Verbindung wiederfinden können. Geben Sie als Serveradresse vpn.tu-berlin.de ein und speichern Sie die Verbindung. Aktivieren Sie AnyConnect VPN. Wählen Sie eins der beiden VPN-Profile aus. Beim Standard-VPN-Profil Split läuft der Datenverkehr zu Diensten der TU Berlin über die VPN-Verbindung. Um externe Dienste nutzen zu können, wie zum Beispiel Verlagseiten für einen E-Book-Zugriff, benötigen Sie das VPN-Profil Full. Eine ausführliche Erläuterung der VPN-Profile finden Sie hier. Sie können Ihre Wahl später ändern, ohne die VPN-Verbindung erneut konfigurieren zu müssen. Melden Sie sich mit Ihrem TOB-Account an und wählen Sie Verbinden. Sie sind jetzt mit dem VPN-Netz der TU Berlin verbunden. Sie können die Verbindung jederzeit trennen, bei Bedarf das VPN-Profil ändern und sich neu verbinden. wenn Sie die vorhandene bevorstehen. Untertitelung des ZDF, 2020